Hallo! Heute reden ihr über Kürbisse Heute reden wir über Kürbisse. Das ist ein ein Kürbis Das ist ein Kürbis. Der Kürbis ist rund und orange Der Kürbis ist rund und orange. Der Kürbis ist ist auch auch rund Der Kürbis ist rund 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 aber nicht orange orange der Kürbis ist grün grün Der Kürbis ist grün. Kürbis noch noch ein Kürbis noch ein Kürbis noch ein Kürbis Der Kürbis der Kürbis der Kürbis ist grün der Kürbis grün grün der Kürbis ist grün Kürbis sein ist noch viel größer Der Kürbis ist noch viel größer. Der Kürbis ist noch viel größer. Weg! 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 Ich habe eine Idee! Weg! 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 Idee Kerze Anzünden Licht Aus Kerze Auspusten Tschüss